Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen? Und das fast wie von selbst? In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in einem Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft. Folge Nummer 352 mit dem Titel Preissenken, ohne billiger zu werden. So geht das. Ich weiß, das klingt im ersten Moment mal sehr seltsam, wie Preissenken und nicht billiger werden. Wie soll das gehen? Das Ganze erklärt sich dadurch, dass wir bei diesen Vorgehensweisen, um die es heute in dieser Folge geht, den Preis gar nicht senken, aber für den Kunden den Preis quasi virtuell oder besser gesagt psychologisch billiger wirken lassen. Das heißt, es geht dann um die Wirkung des Preises zu verändern und nicht banal betriebswirtschaftlich, rechnerisch, zahlentechnisch den Preis zu reduzieren. Das heißt, überall dort, wo du den Preis nicht senken willst, aber ihn billiger oder niedriger wirken lassen willst, sind diese Vorgehensweisen, die ich heute für dich in dieser Folge vorbereitet habe, sehr, sehr spannend. Und wenn du das machen willst, dann bleib dran, wir kommen gleich dazu. Vorher noch ein Hinweis auf die www.romaugmente.com. Schau vorbei, dort findest du allerlei Hilfreiches, unter anderem zwei, drei meiner Bücher zum kostenlosen Download im Shop. Also zurück zu unserem psychologischen Thema Preissenken, ohne billiger zu werden. Wie geht das also? Das Ganze geht von der Idee aus, dass der Preis im Grunde recht egal ist. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, wie der Preis auf deinen Kunden wirkt. Und ob der Preis den Wert, den er sich im Kopf zurückgelegt hat, matcht oder eben nicht. Daher geht es darum, die Wirkung des Preises zu verändern und ihn kleiner wirken zu lassen. Fünf konkrete Strategien habe ich mitgebracht. Strategie Nummer eins ist die Strategie der kleinen Einheiten oder auch die Visionsmethode genannt. Diese Preisstrategie für sozusagen virtuelle psychologische Preissenkung eignet sich vor allem bei absolut gesehen hohen Preisen für Produkte wie zum Beispiel Immobilienwohnungen, Häuser, Autos, teure Urlaube, teure Kleidung, hochpreisige Kleidung, Maschinen oder auch schönheitschirurgische Eingriffe. Warum nicht? Dabei stellst du als Verkäufer nicht den absoluten Verkaufspreisen in den Vordergrund, sondern du brichst diesen auf kleine Einheiten herunter. Deswegen auch die Visionsmethode. Was solche Einheiten sind, kommt natürlich ganz darauf an, was du verkaufst. Es können Gewichtseinheiten sein, es können Längeneinheiten sein. Ich bringe gleich ein paar Beispiele. Es können Zeiteinheiten sein, es können Personeneinheiten sein, Stückeinheiten oder auch Anwendungsfälle oder Verwendungen. All das sind Möglichkeiten oder Einheiten, auf die du deinen Preis herunterbrechen kannst. Ein paar Beispiele dazu. Im Autoverkauf etwa ist Preisvergleich, an der Tagesordnung ist das A und O. Es werden kaum bis so gut wie keine Autos gekauft, wo nicht vorher Preisverglichen und danach dann verhandelt wurde. Meist werden allerdings nur die Verkaufspreise verglichen. Sinnvoller, viel sinnvoller ist es oft, die Kosten pro Kilometer zum Beispiel zu berechnen und zu vergleichen. Das wird in Fachzeitschriften durchaus gemacht. Da werden Kilometerkosten gegenübergestellt. Allerdings in Verkaufsgesprächen im Autohandel wird das selten gemacht. Es tritt meistens im Hintergrund. Da steht einfach der Preis des Autos vielleicht noch. Und da sind wir schon beim Runterbrechen auf Einheiten, die Leasingrate im Vordergrund. Die Leasingrate ist schon mal ein schönes Stück besser als der Absolutpreis. Mit dem Fokus auf den Preis pro Kilometer etwa wird die Wirtschaftlichkeit bedohnt. Man könnte den Kunden etwa fragen, geht es Ihnen um den Preis oder um die Kosten, worauf der Kunde möglicherweise kurz mal verwirrt ist, bis du das erklärst, was du damit meinst. Und das macht ja auch sehr, sehr viel Sinn. Es kann durchaus sein, dass ein Produkt vom Preis, vom Anschaffungspreis her höher ist, aber von den Kosten her in Summe im laufenden Betrieb deutlich niedriger ist. Das heißt, das Teure kann letztlich auch das Billigere sein. Beim Autolesing in der Branche zu bleiben, ist es üblich, dass die Leasingraten pro Tag kommuniziert werden. Bei der Automiete sowieso. Klar, da gibt es das ja nur zu mieten. Aber ein Leasingauto wird ja, stimmt zwar jetzt rechtlich, technisch nicht, aber doch gewissermaßen gekauft und wird halt finanziert. Und da klingt halt 37 oder 50 pro Tag für dieses tolle Fahrzeug sehr viel leistbarer als der Gesamtbetrag des Autos. Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, der auf den ersten Blick mit Verkauf gar nichts zu tun hat. Aber wenn man die Branche ein bisschen besser kennt, dann wird das so richtig verkauft, nämlich Schönheitskirurgie. Was wird da verkauft? Naja, schönere, gehadere Nasen, größere Gesäße, wie es so schön heißt, größere Brüste. Was immer man verändern kann am Körper, das geht ganz rasch in Beträge von vielen Tausend oder auch mehr als Zehntausend. Oder je nachdem, was man machen lässt. Und solche neuen Körperteile halten dann halt eine Zeit lang. Je nachdem, sagen wir mal, invest 6.000 Euro oder 5.000 Euro ist vielleicht besser zu rechnen. Zehn Jahre lang, das sind 3.650 Tage. Einen schöneren Körper. Ich will jetzt gar keine grundsätzliche Diskussion über diese Themen anstrengen, sondern sehe das einfach aus Marketing-Sicht, aus verkäuferischer Sicht, aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Das gibt dann eben 1,40 Euro pro Tag. Und das klingt schon mal sehr viel leistbarer und kleiner als 5.000 Euro insgesamt. 1,40 Euro pro Tag. Und man ist schöner und attraktiver. Das wäre durchaus eine Argumentationslinie, die ich, so ich Schönheitsgedruck werde, verwenden würde. Ähnlich bei Bekleidung zum Beispiel. Sagen wir mal High-End-Bekleidung. Sowas wie Maßschuhe. 1.000 Euro oder auch mehr. Aber wenn man es runterbricht, darauf, wie lange man solche Maßschuhe trägt, vor allem bei Männern, ich weiß, Frauen tragen Schuhe, glaube ich, nicht so lange, aber wir Männer tragen Schuhe durchaus mal 10, 15, 20 Jahre, so Klassiker. Die werden ja nicht wirklich alt und wenn die gut gepflegt werden, dann kann man die wirklich lang tragen. Und dann kommt man, wenn man es runterbricht, auf die quasi mal tragen, auf mehrere hundert oder auch mehrere tausend Einsätze, je nachdem, und zahlt dann teilweise nur Beträge im Cent-Bereich für jedes Mal diesen tollen Schuh anziehen. Und hat ja noch dazu einen super tollen Schuh und nicht irgendwelche Billigtreter, die man um ein paar Euro erstanden hat. Das ist zumindest die Art und Weise, wie ich mir mal auch ein schönes Paar Schuhe oder eben was anderes Schönes zum Ansinnen selber verkaufe. Auch Vorträge könnte man dann unterbrechen, vielleicht auf die Anzahl der Teilnehmer. Ein Vortrag um 5.000 Euro bei 500 Menschen, dann sind das 10 Euro pro Teilnehmer. Für eine Kinokarte zahlt man deutlich mehr heutzutage. Und beim Verkaufstraining sind das auch nicht 3.000 oder 4.000 Euro am Tag, sondern eben zum Beispiel 200 Euro pro Teilnehmer bei 15 Teilnehmern. Wenn das Firmenintern läuft, ist das deutlich billiger wie ein Ticket für 1.000 Euro pro Tag für ein öffentliches, offenes Verkaufstraining. Also, es geht nicht für alle Bereiche, Branchen und Produkte, aber durchaus für viele. Überall dort, wo es um höhere Beträge geht, macht es Sinn, den Betrag auf geeignete, manchmal auch unübliche Einheiten herunterzubrechen. Was immer unüblich ist, hängt dann davon ab. Das Unübliche hat den Vorteil, dass du dich der Vergleichbarkeit ein bisschen leichter und besser entziehst. Wir kommen zur nächsten Strategie, Nummer 2, Unterschiede statt Gesamtpreise, würde ich sie bezeichnen. Diese Strategie, um deine Preise kleiner wirken zu lassen, ohne tatsächlich eine Preissenkung durchzuführen, konzentriert sich darauf, bei der Preisnennung oder beim Sprechen über den Preis nur von den Unterschieden statt von den absoluten Preisen zu sprechen. Und so ein Unterschied kann verschiedenes sein. Das könnte zum Beispiel der Unterschied sein zwischen dem tatsächlichen höheren Preis zu dem vom Kunden gewünschten oder geforderten oder budgetär veranlagten, erwarteten niedrigen Preis. Das heißt, der Kunde, ganz praktisch betrachtet, der Kunde hat sich ein Budget von 100 vorgenommen und dein Preis ist 120. Dann sprechen wir hier nicht von den 120, sondern nur mehr von den 20, weil das ist die Differenz, um die es geht. Das ist die Differenz, die der Kunde auch quasi noch nicht gekauft hat für sich. Das ist die Differenz, die du dem Kunden verkaufen musst, denn die 100 hat er ja quasi gedanklich schon gekauft. Es könnte auch der Unterschied zwischen dem Rücknahmepreis eines alten Produktes, zum Beispiel bei Auto, bei landwirtschaftlichen Geräten und dergleichen sein, und dem Preis, den der Kunde für das neue Produkt ausgibt. Auch der ist natürlich wieder deutlich kleiner als der reine Preis für das neue Produkt. Oder aber der Kunde überlegt, ob er Produkt A oder Leistung A oder Leistung B nehmen soll. Und Leistung A sind 100 und Leistung B eben 120, dann gehören die 20 verkauft. Es könnte zum Beispiel sein, bei einer Wohnung, da gibt es eine mit Terrasse, aber die mit der Terrasse kostet eben 15.000 mehr und legt über seinen Budget von 300.000. Und dann solltest du als Verkäufer nicht von den 315 sprechen, sondern nur mehr von den 15.000. Und diese Strategie kannst du natürlich wunderbar kombinieren mit der Strategie, die wir vorher hatten, nämlich mit dem Dividieren, mit dem Runterbrechen. Wenn man könnte, um das jetzt mit der Wohnung weiterzudenken, ist das so, dass bei einer angenommenen Nutzungsdauer der Wohnung von sagen wir mal 30 Jahren, dass 500 Euro pro Jahr ergibt die Differenz oder 1,40 Euro pro Tag. Und das kannst du dann in Relation setzen zu dem tollen Balkon, den er Tag für Tag genießen kann und quasi jeden Tag 1,40 Euro für den Balkon bezahlt oder seine Terrasse, je nachdem worum es eben geht. Du siehst schon, wir kommen wieder auf sehr, sehr kleine, überschaubare Beträge. Das heißt, Differenz und die Differenz danach runterbrechen, dann werden die Beträge teilweise wirklich klein. Es muss natürlich irgendwie sinnvoll bleiben und darf nicht lächerlich wirken. Und lächerlich wirken würde es zum Beispiel, wenn die Einheiten, auf die ich an Unterbrecher zu klein sind. Das heißt, zu argumentieren, dass der Kunde diesen tollen Balkon jeden Tag verwenden kann, wenn das Klima passt. Klar, das hängt ein bisschen davon ab, wo die Wohnung ist. Das lässt sich schon sinnvoll tun, wenn man das jetzt runterbrechen würde auf Minuten oder Sekunden, dann ist das irgendwie Blödsinn und macht die Wirkung dieser Strategie zunichte. Wir kommen zur Strategie Nummer 3, die da lautet, etwas teureres anbieten. Ob ein Preis hoch ist oder nicht, ist ja letztlich immer nur eine Frage des Vergleichs. Und wir, und damit auch jeder Kunde ist ständig am Vergleichen, wir wägen ab, den einen Preis mit dem anderen Preis wird mit Wert verglichen. Und das muss man auch tun, um festzustellen, was wollen wir, ob etwas teuer oder günstig ist. Und dabei geht es nicht so sehr um den absoluten, sondern um den relativen Preis. Und da wird es jetzt spannend. Das heißt, gib dem Kunden etwas zu vergleichen, wo du besser aussteigst. Das heißt, etwas Teureres, etwas richtig Teures vielleicht sogar. Was da mitwirkt oder mitschwingt, ist auch die psychologische Hebel des Ankerns. Das heißt, du setzt einen in dem Fall hohen Ankerpreis. Bleiben wir mal bei der Wohnung. Und da gibt es eine, unsere hat was gekostet, 315.000, sage ich jetzt mal. Und da gibt es auch eine um 400.000, um 450.000. Im Vergleich dazu ist die um 315.000 gar nicht so arg hochpreisig. Das heißt, vergleiche oder gib dem Kunden etwas zu vergleichen, was sehr viel oder zumindest viel teurer ist, um einiges teurer ist, als das, was du ihm letztlich verkaufen willst. Weil dadurch wird das attraktiver, was du verkaufen willst. Du kannst es durchaus auf die Spitze treiben und auch mal, je nachdem, so etwas extrem Teures reinwerfen. Nicht, um es wirklich ernsthaft anzubieten, aber nur, um zu sagen, so etwas gibt es natürlich auch, sind sogenannte Luxusvarianten, von denen ich da spreche. Also Strategie Nummer 3, biete etwas Teures an, beziehungsweise stell etwas Teures daneben. Wir kommen zur Strategie Nummer 4, die heißt mit Worten Werte schaffen. Eine Möglichkeit, dein Angebot aufzuwerten und damit sehr viel wertvoll erscheinen zu lassen und damit auch wieder einen höheren Preis, wie soll ich sagen, plausibel erscheinen zu lassen, ist es, dein Angebot mit besseren, schöneren und mehr und wertvolleren Worten auszuschmücken. Wo das oft bravourös und exzellent gemacht wird, ist in der Gastronomie, speziell in der Spitzengastronomie. Da werden natürlich ordentliche Beträge für ein Gericht aufgerufen und da steht aber einfach dann nicht nur Schnitzel oder Schweinebraten, sondern dieser Schweinebraten wird zum kleinen poetischen Meisterwerk und die Beschreibung dieses Schweinebraten oder dieses Schnitzels oder auch dieses veganen Salats für alle Veganer unter meinen Hörern klingt fast wie ein Gedicht, ein poetisches kleines Kunst- oder Meisterwerk, weil nur dann sind Menschen auch bereit, mehr dafür auszugeben. Stell dir vor, da wird nur stehen Schnitzel, 32 Euro, klingt viel. Das ist wie im Bahnhofimbiss oder in der Schnitzelbude, aber im Spitzenlokal muss da schon mehr dabei stehen. Die wirklich guten Kellner können das auch verbalisieren. Also jetzt in der Speisekarte ist eine Sache, aber jemand, der schon wirklich guten Kellner erlebt hat, der dir einen Wein, der auch entsprechend kostet, dann aber so beschreibt, dass du dir denkst, wow, der ist aber wirklich sensationell und du schmeckst ihn schon fast, bevor du ihn trinkst, das ist die hohe Kunst des mit Worten Werteschaffen. Strategie Nummer 5 geht in einen ganz anderen Bereich und zwar in den Bereich der Farbpsychologie. Hast du schon mal versucht, das Wort billig zu googeln? Und wenn du das machst, probier es aus und geh auf Bildersuche, dann wird dein Bildschirm mit Rot und Gelb und vielleicht ein bisschen Orange gefüllt. Das heißt, es sind vor allem Bilder in diesen Farben. Warum? Rot, Gelb und auch Orange sind meist die Farben, mit denen Preisaktionen markiert sind. Daher haben wir gelernt, diese Farben mit Preisaktionen zu assoziieren. Wenn du andererseits hergehst und zum Beispiel exklusiv eingibst oder so etwas wie Luxus, dann werden plötzlich ganz andere Farben in der Google-Bildersuche aufscheinen. Dunkelfarben, Gold, Silber, Platinfarbene, Sujets und dergleichen mehr. Was aber, wenn du jetzt hergehst und einen nicht reduzierten Preis mit Rot und Gelb und vielleicht Orange markierst und vielleicht die Zahlen sogar noch größer schreibst, wie wir sie auch von Aktionen gewohnt sind. Was ist dann? Unbewusst werden dann nämlich deine Kunden diesen Preis auch mit Aktionspreisen assoziieren. Das heißt, unbewusst schwingt mit, das ist günstig, obwohl der Preis gar nicht geändert ist. Der ist, wie er ist. Ob das jetzt günstig oder nicht, ist dann immer eine Frage des Vergleichs, wie schon erwähnt. Aber über die Farbe quasi wird ein niedriger Preis kommuniziert. Und zwar egal, ob das Preis tatsächlich niedrig ist oder nicht. Mir ist das mal passiert im Supermarktregal, im Weinregal, wo ich mich ganz gern immer wieder mal aufhalte. Und dann sah ich von ein paar Metern Entfernung eben so eine Rot-Gelb-Aktionsbeschilderung. Und ich gehe hin und denke mir, da gibt es einen netten spanischen Wein in Aktion. Bis ich dann draufgekommen bin, das ist keine Aktion, das sind einfach nur die Nationalfarben von Spanien. Was das jetzt für Spanien bedeutet, wenn quasi die Nationalfarben günstig oder billig oder Aktion assoziieren lassen, das ist eine ganz andere Diskussion, die ich hier irgendwie nicht vom Zaun weichen möchte. Ist mir nur einfach so gerade eingefallen. So, und damit sind wir durch mit dem heutigen Thema. Wie kannst du Preise senken, ohne Preise zu senken und dein Produkt, dein Angebot für den Kunden attraktiver oder preislich attraktiver machen? Ich hoffe, da war die eine oder andere Anregung dabei, von der du sagst, hey, das finde ich cool. Das kann ich bei mir tatsächlich umsetzen. Wenn es eine ist, bin ich schon gar nicht unglücklich. Weil es ist ein Thema, das natürlich je nach Branche und je nach Verkaufssituation oder Vermarktungssituation ganz, ganz unterschiedlich handzuhaben ist. In jedem Fall freut es mich, dass du dabei warst, dass du vielleicht wieder dabei warst oder immer wieder mal dabei bist. Und es freut mich noch sehr viel mehr, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.